Hallo, schönen guten Tag. Viele Grüße aus dem Kaffee-Express hier von der Bundesstraße 494 aus Hasum Richtung Hasum kommend Richtung Hillesheim. Wollen wir mal nach Hillesheim fahren. Wir haben es jetzt einen schönen Tag im Juni. Wir haben es 21,5 Grad. Allerdings, wie man erkennen kann, gibt es mal wieder ein paar dunkelgraue Wirkchen am Himmel. Tja, mal schauen, ob wir ein bisschen nass werden oder aber unter Bregen wegfahren. Hinterlasst mir gerne ein Abo, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und dann wünsche ich uns erstmal eine gute Anreise nach Hillesheim. Also, der wird uns die Flügel alles abholt. Wir haben jetzt eine gute Anreise nach der Bundesstraße. Es gibt eine sehr schöne Anreise, aber in der Ausland der handelt es ihnen zu Hause. Wir kommen zur Anreise durch . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also nicht nur, dass du bei Steffen Henssler am Honsen Neckar futtern kannst Das Mittelalter treiben gibt es da auch am Honsen ab und an, einmal im Jahr mindestens Sehenswürdigkeiten, es gibt sehr viele interessante Kirchen in Hildesheim War ja auch mal ein Bistum Und auch der Hildesheimer Dom ist sehenswert Nun denn, ich wünsche dir einen schönen Tag Pass auf dich auf Alles Gute, viel Gesundheit Und bis demnächst